Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, wir haben Kisten mit hochwertigem medizinischem Hilfsmaterial von Wien in Richtung Posen abgefahren, mit dem schon geladenen LKW, in diesem Zwischenlager in Posen und dort wurde auf informellen Wegen weitertransportiert. Alles das ist problemlos abgelaufen. Ich möchte mich bei allen Spenderinnen und Spendern, die so spontan und großzügig uns geholfen haben, herzlichst bedanken. Wir haben viele tausend Euro in zehn Tagen zusammenbekommen und wir können weiterhin bei Bedarf und das werden und wollen wir diese Schiene aufrechterhalten und die Aktion fortsetzen, solange es traurigerweise nötig ist. Wenn Sie weiter spenden wollen, gerne. Das Konto ist weiterhin jederzeit für jeden einsehbar und offen. Ich bin dafür zur Verfügung. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020